Ich selber war früher absolut auf die ganz normale klassische Medizin mit allem was dazugehört. Aber seitdem ich die Biochemie kenne und mich mit Alternativen beschäftigt habe, macht das einfach noch viel mehr Spaß. Wenn man sich eine Baustelle vorstellt, wenn man ein Haus baut, dann haben wir Baumaterial da stehen, dann haben wir Fenster, Türen, Treppen, Steine. Aber wenn wir keinen Betrieb haben, wird aus den Baustoffen nichts werden. Und so ist es mit den Mineralstoffen auch. Wenn wir Baustoffe aus der Nahrung bekommen, brauchen wir Betriebsstoffe, um die gut zu verwerten. Und das sind die Schüsselersalze. Also es ist genial, was der ins Leben gerufen hat mit seinen Schüsselersalzen. Und es bewährt sich in der Praxis. Weil diese Rückmeldung, die ich jeden Tag bekomme, das ist schon toll. Erstens mal ist es ja ein Mineralstoff. Das ist jetzt nichts Chemisches. Also ich sage mal nachhaltig, könnte man ja jetzt auch sagen. Zum Beispiel wenn man jetzt müde ist oder so, abgeschlappt, einfach nur nicht mehr kann. Ich als Mutter von drei Kindern, ich meine, da muss ich ja jetzt nicht viel erzählen, ist dann auch schon mal die Energie einfach, dann einfach raus. Nehme ich sie wieder regelmäßig, dann fühlt man halt einfach auch den Unterschied. Es ist immer schwer zu beschreiben, deswegen muss man das eigentlich selber dann erfahren. Aber es ist einfach ein Energiekick dann auch. Es funktioniert Eisbeder, würde ich sagen. Nun schläft man ja schon mal so ein bisschen ein. Also ich sage mal, 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 ich sage mal,